Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Zunächst allen Zuschauern erstmal ein gesundes neues Jahr und die Gesundheit können wir gebrauchen. Denn bei diesem Schmuddelwetter fällt es uns so ein bisschen Schmier, uns bei Gesundheit zu halten. Also viele Wolken, insbesondere am Sonnabend. Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet Angela und das Tiefdruckgebiet André. Dieses Jahr hat die Namen wieder umgedreht, wechselt ja jedes Jahr. Und Hochdruckgebiet, wenn man das auf der Karte sieht, heißt nicht gleich schönes Wetter. Wir bekommen doch sehr, sehr viele Wolken rein. Auch früh ein bisschen Sprühregen mit ein bisschen Glück lockern die Wolken am Nachmittag so ein bisschen auf. Aber meine Hand dafür ins Feuer will ich nicht legen. Allerdings ist es relativ mild. 6 bis 8 Grad dürfen wir mal rechnen. Und der Wind, der spielt keine große Rolle, kommt aus Nordwesten und wird in allgemein nur schwach bis mäßig. Am Sonntag früh vielleicht mal ein paar Nebelfelder. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Es kann durchaus sein, dass es mal in den Morgenstunden ein bisschen glatt wird. Dazu auch wieder viele Wolken. Es bleibt weitestgehend trocken. Vielleicht mal im Tagesverlauf so eine kleine Wolkenlücke, wo man die Sonne so ein bisschen durchblinzeln kann. Aber die Hoffnungen dafür sind eher gering. Temperaturen ein bisschen kühler als am Sonnabend. So im Bereich 2 bis maximal 5 Grad. Der Montag dann ebenfalls relativ trüb. Vielleicht früh mal Nebelfeld. Vielleicht auch mal ein bisschen reif. Damit müssen wir dann auch rechnen. Und dazu gibt es dann hier und da mal ein bisschen Nieselregen. Aber es wird nicht viel werden. Richtig kühleres Wetter sieht man erst wahrscheinlich so ab Donnerstag herankommen. Da scheint es so, dass die Wetterlage so ein bisschen kippt. Und dann kann auch in der zweiten Wochenhälfte ein bisschen Schnee mit bei sein. Aber dazu nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihr Thomas Daniels. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.